Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Outlast. Könnte wieder lustig werden heute. Das letzte Mal gab es ja einen Bug. Holy shit. Genau, das letzte Mal habe ich einen Bug gefunden, da ich zum Priester gesprungen bin, der dort drüben war. Müsste man glaube ich eigentlich auch machen. Aber der Priester, der Priester sollte schon weg sein. Und daher, let's jump. Na, Kumpel, alles gut? Bitte greif mich nicht an. Ja, nur ein Weg. Kannst du mir zeigen? Lupsch, Auge. Hier lang? Geht's hier lang? Okay. Danke. Gute Frage. Okay. Okay. Ich habe jederzeit einen Jumpscare erwartet. Outlast ist ja das Spiel, das man berechenbar ist. Billy, 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 hat mir noch gefehlt. Ich habe doch keine Lust auf Billy. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Ich würde sagen, ich verstecke mich mal. Hallo, Billy. Alles gut bei dir? Wieso habe ich das gerade nochmals angefangen? Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Vor allem, wenn es so anfängt. Ich habe jetzt die Schäuze. Schäuze. Schäuze, in-coming. Okay. Okay. da gerade dort ist. Wow. Oh, shit. Okay. Ja, moin. Soll ich vorbei rennen? Ist das eine gute Idee? Ach, egal. Okay. Schade. Hätte ja sein können, das klappt. Hätte ja sein können. Na gut. Okay, hier drin gibt ja gar nichts. Aber Billy kommt halt. Kann ich hier wohl einfach mich verstecken, bis er denkt, die Türe müsste eingeschlagen werden? Funktioniert das? Wahrscheinlich nicht. Ey, das Geschnaff hört sich zu nahe an. Ist das dein fucking Ernst? Ist das dein Ernst? Kannst du bitte... Ja, nach rechts bringt mir das gar nichts. Ähm, nur mal kurz. Was ist mein Ziel? Gar kein Ziel. Okay. Ah, doch. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Scheiße! Grazie! Verwaltungsblock So, sorry für die Unterbrechung. Nooo! Fuck you! Wo muss ich langen? Wo muss ich langen? Fuck you! Okay, leicht zu laut. Wahrscheinlich auch für euch. Geradeaus geht es eh nicht. Der nicht von geradeaus kommt. Wir kommen von der Licht. Lobby, Library, Chapel, Cafeteria, Recreation Hall. Hat er mich jetzt ernst? Ich habe es schon gesehen. Ja ne, komm mal. Tschüss! Tschüss, Gibi! Okay. Go, go, go! Wahrscheinlich übersehe ich irgendwo was, aber ist mir gerade egal. Das ist doch nicht lustig. Ach, die Bücherei. Ich weiß ja nicht so, als ob ich hier schon mal war. Eine Akte. Berlin, 6. September 1938. Herr Lohner und Dr. Matt Rogge. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A. Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellregeneration und der geleiteten Karzinomgenerierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestossen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen, nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckart weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entwicklungen informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernicke's Erfolg unserer Sache und Deutschland eine grosse Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an ihre Familie. Unterschrift ungläslich. Ein Fotoapparat ohne Batterie. Danke sehr. Für gar nichts. Alle Zähne. Alle Zähne. Oh mein Gott, diese scheisse Priester. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Besorge den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Lobby Recreation Hall Library Lobby Floor Chapel So, wir müssen ja da lang. Ok, hier unten geht's nicht weiter. Gut, hab ich mir gedacht. Du hast keine Batterie, ne? Schade. Okay, bevor ich dort lang gehe. Okay, ja. Nur eine Tür, die nirgends hinfügt. Er hat ja was vom Theater gesagt. Und ich weiss, dass das Theater schrecklich ist. Von daher, gefällt mir die Sache jetzt schon gar nicht mehr. Keine Leiter. Wahrscheinlich hier, wenn man hier nicht lang kann. Genau. Ist ja irgendwie logisch. Der Schlüssel ist hinter dem Licht. Der Sprung in der Kamera macht mich auch fertig. Ja, der Sprung hat noch übertriebener herunter. Hauptsache jemand spielt Klavier. Auch schön. Das ist ja eine große Schmerz. Glaublich, was war das denn denn? Und da ist das nochmal im Fall. Ich versuche die Flüssigkeit. Hinter dem Licht und fett, 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 kommt doch gleich, oder nicht, der kommt doch gleich, oder sicherlich, sobald ich den Schlüssel habe, und dann gibt es nicht mal, gibt es nur mal einen Weg durch das Ganze, oh mein Gott, Alter. Ich habe meine Theories. My homeland in those years, it's impossible to understand the things we felt, what we believe, the overwhelming fear, ecstatic rage, and English birds are insufficient, more than hope. A human mind in this environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... A proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject would witness enough horror, was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. You think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Der Mann klingt wie Dr. Seltsams, anemischer Bruder. Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme. Ein Interview mit Dr. Wernicke. Los Alamos bei der Regierung. Wernicke spricht über spontane Blutung und Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenetische Antrieb. Der Antrieb, den Film, den sie zeigen. Er setzt sich in meinem Kopf fest, wie der Ohrwurm eines Musikstückes. Ich blinzle und sehe Rohrschach... 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 Tests... Was? Die wie ausschwärmende Insekten auf infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den Wallrider zu beschwören. Es ist das Summen. Ich höre es in meinem Knochen. Exit. Oh Mann, das Ganze gefällt mir gar nicht. Licht, Exit geht eh nicht, das ist klar. Wauw. Das... Äh... Hä? Oh. Da ist jemand drin. Ups. Warte. Ich wollte versuchen, ihn aufzumachen, ging aber nicht. Okay. Wir wissen alle, was passieren wird. Sobald ich den Schlüssel habe, werden wir verfolgt. Das ist doch glasklar. Das ist doch glasklar. Ich muss doch hier rein. Ich muss doch hier rein. Ich muss doch hier rein. So ein Scheisskerrl. Gleich kommt Billy. Gleich kommt Billy. Der Schlüssel ist hinter dem... Ja, genau. Jetzt ist hier die Tür offen. Entschlüssel für den zweiten Stock aufgenommen. Jetzt fängt die Action an. Ja, genau. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.